Ein herzliches Hallo von mir an euch! Hallihallo Hallöchen! Guckt mal! Bin nackig! Was heißt das? Frechisch! Nacketeil-Herausforderung mit Sarina! Zuletzt war ein Typi dran, das meiste Mädel dran. Ich dachte mir, wir versuchen das mal so im Wechsel. Bis es vielleicht irgendwann nicht mehr aufgeht, weil ich weiß grad gar nicht... Bist du gejagt? Ich weiß grad gar nicht, ob wir mehr weibliche oder männliche Survivor haben. Der Jonathan ist verletzt. Ich hab tatsächlich überlebt, ob ich mir Jonathan hole, bevor es zu spät ist, als Skin. Das wäre dann mein erster Legendary Skin, welcher ja quasi einen komplett anderen Charakter aus Steve macht. vom Stranger Things Kapitel. Aber ich weiß nicht, weil eigentlich hab ich gar nicht so die Bindung zu Stranger Things. Ich hab die erste Staffel gesehen und ich glaube zwei Folgen von Staffel 2. Ich fand's doch eigentlich gar nicht schlecht, aber ich schaff's einfach nicht, bei Serien dran zu bleiben. Ich hab so viele Serien angefangen und nie beendet. Suits. Ich liebe Suits, aber ich habe die letzten zwei Staffeln nicht geguckt. Warum auch immer. How to get away with murder. Ich hab die ersten drei Staffeln geguckt und hab ich nicht weiter geguckt. Ähm... Pretty Little Liars. Da hab ich tatsächlich fast fünf Staffeln geschaut und dann nicht weiter und es ist alles so... Äh... Ich halte einfach nicht durch. Die letzte Serie, die ich abgeschlossen hab, war vor einem guten Jahr Sherlock Holmes. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass es da nicht so viele Folgen gibt. Also... Ja. So, wir müssen aufpassen. Nicht, dass er uns... versucht zu... zu 3-Gen. Clüdy ist am Start da unten rechts. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Clüdy könnte halt in der Zeit eigentlich auch einen Generator machen. Ah, okay. Okay. Ist das Sarina, die so laut atmet? Was höre ich hier immer so atmen? Das ist so ein... Röcheln ins Ohr. Puh. Das ist spooky. Man muss ihm lassen. Er gibt nicht auf. Der arme Jonathan, wenn er am Haken hängt... Hast du Adrenalin? Wird er wahrscheinlich weggecampt. Oh, schade. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir keinen Möd haben. Ja. Schupsi, dupsi, Misti. Okay. Und Caleb hat halt gern Möd dabei. Hier habe ich... Das habe ich weggemacht am Anfang. Und im Keller. Oh Gott. Er kämpft. Gab's. Das ist halt ein richtig böses Versteck. Das war nicht nöt. Ich glaube, er kämpft. Jonathan. Wir haben noch nöt, Leute. Oder seht ihr den Totenkopf da rechts? Ja, Überraschung. Ich möchte nicht. Ich möchte raus. Könnt ihr das verstehen? Ich gehe jetzt einfach raus. Ich möchte nicht sterben. Ich habe ein leuchtendes Totem weggemacht. Es muss reichen. Ja, komm, Clüdy. Der Ausgang ist nicht mal fertig. Tut mir leid. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr jetzt gemacht hättet. Ich muss halt sagen, ich wollte jetzt nicht mehr auf die andere Mapseite, weil falls er irgendwo gestanden hätte und geschossen, wäre ich halt auch am Haken und wahrscheinlich tot. Und ich muss doch entkommen. Und ich muss doch entkommen. Ich habe eine Naked-Challenge zu gewinnen. So. Tunnel of Love. Ja, genau. Aber man muss halt sagen, Jonathan hat fünf Generatoren durchgehalten. Holy. Und guckt euch an, wie wenig Punkte er dafür bekommen hat. Das ist so... Das ist so... Das ist... Blöde, die rausgegangen ist. Das war Jonathan. Guck. Das ist so gemein. DVD muss hier rein theoretisch. Wahrscheinlich, wenn es jetzt das andere Matchmaking gibt oder so, ist es wahrscheinlich vielleicht anders. Aber er hat fünf Generatoren, den Killer, hingehalten und bekommt 10.000 Punkte und wahrscheinlich noch ein Deep-Hip. Boah. Und der Killer ist wirklich... Seht ihr das? Könnt ihr das lesen? Er hatte Uneinigkeit, Pop, Ruin, habe ich gar nicht mitbekommen. Dann war das Ruin, was ich weggemacht habe. Äh. Okay. Aber sei es drum. Wir sind rausgekommen ohne Talente, ohne Opfergaben, ohne Item. Wir waren nicht mal verletzt. Aber das sieht man auch an den Punkten. Wir haben nicht wirklich Punkte gemacht. Allesamt. Aber um Jonathan tut es mir echt leid. Weil der hat eine richtig gute Runde gespielt. Und ist wahrscheinlich noch Deep-Hip. Aber das ist DVD. So. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald. Und... Tschulidu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020